Herzlich Willkommen bei... Hast du? Minecraft, ja, ich habe gestartet. Bei Minecraft Season 2. Paul. Mit den üblichen Verdächtigen Pi und Paul. Was macht ihr genau da? Ja, mir hat sich wieder eingebunden mit der Burblatt. Ja, los, lass uns erst mal ein neues Gebiet suchen. Kein neues Gebiet. Ja, und erst mal ein bisschen Schweine schlachten. Aber gut, das ist eigentlich so. Ja. Ja, Season 2. Paul, möchtest du auch eine Begrüßung aussprechen? Oder willst du jetzt die ganze Folge nur pfeifen? Das ist ein Wolf. Ey, hier ist ein Wolf, ne? Ja. Hier halten wir jetzt genau Hunde. Paul. Rede doch mal mit uns. Weil ich den Inventar geleert habe, oder was? Ja. Es ist schon wieder Nacht, ey. Es ist schon viel zu spät angefangen. Ich würde gar nicht so schreien. Okay. Ich würde gar nicht so schreien. Ich würde gar nicht so schreien. Ich würde mich nicht so schreien. Nein, es ist eine Wüste. Es wird jetzt wieder von uns vier geschehen. Ja. Es sieht auch von Silber-Fahrschwein. Oh ja. Ja. Da muss ich mich freuen. Das müssen wir jetzt merken. Vielleicht wenn man Holz aufgebaut ist, sonst fällt man viel nach wie eine Wühle gebraucht. Da ist ein Paul, oder? Da ist ein Paul, oder? Wollt ihr noch diese zusammenarbeiten? Das ist überekelig. Ich habe kein einziges Holz abgekommen. Zumindest ein Einbogen, das ist ja langweilig. Ja, ne, wenigstens bin ich hier. Oh, soll ich mir die Koordinaten ansehen oder möchte ich auf Eigenfaust leben? Boah, Junge, Alter. Alter, was hier alles irgendwie gespawnt ist? Und ich kann schon mit mir deine Wettestell sterben. Halt mal auf mich, ich fall grad heute ab. Leute, das ist eine Schwinde. Ja, schön, lass mich die Drecksarbeit erledigen. Ist zwar gleich tot gewesen, aber... Ich komme mit mir, der ist gerade zu zweit. Mehr Pausegum ist eigentlich auch nicht, auf dem du eh nichts sagst. Toll. Gehen wir weg, ey. Es wird zu viel zu viel. Ja, dann können wir vielleicht wieder auf dem Pause und kein E-Mail stellen. Ja, das stimmt. Wir brauchen die Leute. Wenn wir jetzt den Bock haben, dann sind wir im Wesentlichen, kommen wir auch schon mit 5-4 in den CED-Spielern. Was machst du denn da? Einfach Licht. Was ist denn da? Was ist denn da? Müsst du eigentlich nicht viel gucken? Also, Paul, die Koordinaten sind 299, 113. Ich hab' mir gedacht, ich hab' mir gedacht, ich hab' mir das nicht mehr gesehen. wat kann das... Das fängt ja gut an hier... Das soll ich... nicht mehr Zeit rummachen. Hier kommt ihr keiner, welche Schwierigkeit hast du dann gestellt? Komm lass einfach laufen Oder mach Schwerter, Holzschwerter Ja dann los Ja wir müssen aber auf Paul warten, dass er mit uns zusammen rumlaufen kann Aber er ist ja eh nicht in der Sache Ach du kriegst dich mit dem Spinner Ich bin erstmal direkt in die Höhle gefahren Hey wir können doch hier erstmal die Höhle abholen So mach ich jetzt Holz Boah jetzt habe ich hier ein Dingskrieg im Inventar Oh er hat sich geräuspert Können Vorbereitungen für eine neue An Sprache sein Ich bin jetzt auch hier in der Höhle Ne ich bin hier auch über dem Weil ich gerade noch was crafte Ich werde was dir gleich erkunden Ich brauche hier auch Werkzeug zum Erkunden So ich habe dann übrigens auch eine Werkbank gebaut Oh der ist ein süßer Slime Stirp Dann ist der große Slime Da haben wir noch gar keine Fackeln Ich koche Ich werde mich nicht alle mit denen anlegen Hallo Arschloch Hallo Arschloch Hallo Arschloch Hallo Arschloch Hallo Arschloch Paul, der nimmt erste Konversationsansätze. Was? Ich bin hinter dem, mein Freund. Ja. Ich bin hinter dem Freund. Ja. Also Paul, möchtest du, dass wir auch nicht warten, oder willst du alleine diese Season leben? Oder willst du gar nicht mehr mit uns reden? Ich würde mich noch ganz kurz. Der ist noch da. Ja, wir nehmen jetzt den Faktor, vielleicht können wir die Kugeln nicht mehr. Reck halt, du Scheißglätt. Ach, was ist geläht? Ach, was ist geläht? Die X31 sind bei X3400 im Februar. Wollen wir jetzt hier kommen, oder was? Ja, ich stehe jetzt. Ich brauche mich nicht mehr. Ich brauche, was haben deine Koordinaten gemacht? Oh, ich brauche mich nicht mehr. Ich brauche mich nicht mehr. Das ist Sprache. Ich brauche mich nicht mehr. Trollen und dann viele volle Eier tuchen. Scheiße, geh auch drauf. Hi, Paul. Geh auch bald drauf. Habt ihr mich jetzt hier alleine gelassen? Alter. Mann, du Scheiße. Loll. Alter. Du bist echt in der Welt. Alter, der ist noch nicht in der Welt. Scheiße, ich bin gleich drauf. Ja, geh auch drauf. Hast du den jetzt gekehlt? Ja. Das ist Paul, wie ich mir in der letzten Season habe. Jetzt habe ich mir die Ecke kaputtgekommen. Scheiße, das ist mir nicht vergiftet. Scheiße, das ist mir nicht vergiftet.